Und damit Willkommen zurück hier bei Sylvile Sein Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Du bist eine ungerechte Frau, du willst da tausende Sachen haben, dass ich dein Forschungsabkommen da unterzeichnete. Das konnte ich total vergessen. Ich habe doch einen Spion bei dir, oder habe ich bei dir schon das gekauft? Nehmen wir an. Warum denn nicht? Sieht ein wenig schlecht aus, würde ich sagen, für die Stadt. Jetzt, ja? Ja, wir arbeiten weiter zusammen. Würdest du mich interessiert in einem Verkaufsagreie mit England? Ähm. Session? Hätten wir Wein? Ich weiß nicht, ob ich vorher schon Wein gehabt habe. Habe ich Wein gehabt vorher? Äh, eins. Habe ich? Ne? Ähm. Ja. Ein Wein. Hatte ich vorher also nicht. Kabul wird angegriffen von... Polynesien? Ah. Da könnte man, das sei ja irgendwie abzusehen, ne? Die Ritter kommen eigentlich genau richtig. Hier runter. Ähm. Ähm. Jetzt kommen die da nicht rein, hey. Jetzt könnte ich sie upgraden. Ihr seid doch Schweine. Wer macht das so mit Absicht? Ihr wollt mich alle ärgern. Ähm. 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 Dann modernisieren wir sie halt eben. Ist doch egal. Okay. S und B. Ist Sache... Manchmal ist das Spiel echt komisch. Wetten. 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 Wetten verloren. Äh. Hier hin. Dahin. Du handelst... Hululu. Schön. Dido spielt Pläne gegen Seoul. Okay. Ähm. Korea. Und... Auch Japan ist wieder dabei. Einheit wurde getötet. Das haben wir mitbekommen. Neue Einheit von Sophia. Jerusalem... Glauben. Ne. Handel. Achso. Ja, weil wir Wein angeschlossen haben. Jetzt. Und wir bekommen von Jerusalem auch endlich an. Naja. Was heißt es endlich? Ach guck mal da oben sind noch Legionäre. Äh. Ich habe kein Interesse am Krieg. Also irgendwie schon. Aber... Das passt halt leider nicht so ganz zu meinem Stil. Kamehameha schließt Frieden mit den Stadtstaaten. Ich glaub das hat Japan einfach vergessen zu machen. Naja gut. Wait. Was macht ihr da eigentlich? Gar nichts. Autsch. Ist Japan da oben auf dem Rückzug? Es sieht fast so aus, hä? Wo ist eigentlich die Einheit die ich denen geschenkt habe? Brauchen die vielleicht drei Runden? Wenn man das... Das würde ja Sinn machen. Ja gegen meine Ritter. Danke sehr. Ist schon klar. Oh ho ho ho. 14 Weltwunder. Ja klar. Der wird auf jeden Fall schon mal nix dagegen sagen. Dass er hier Kultubel stattgeklingt und so zurück in drei Runden. Da wäre er ja selber schuld. Und... Gott sei Dank. Gott sei Dank. Voll kann sagen. Jetzt langs wieder nicht, hä? Ja. Es ist... Es ist genau so mies. Nottingham. Na ja klar, dass die hier noch mehr haben. Das hätte mich gewundert. Hier rein. Und dann kannst du in der nächsten Runde tatsächlich... Ähm... Korea hustet auch auf. Haben die vielleicht Japan als Kriegsgegner? Ja, machen wir. Machen wir. Gern doch. So. Polynesien. Und Pikachu hat jetzt, äh... Moderne erreicht. Österreich ist der neue Verbündete von Milano. Oh. Nein. Die waren jetzt vielleicht da nicht mehr ganz... Mh... Von über... Zeug, was ich da gemacht habe. Kann schon sein. Hier. Aber es war ja klar, dass da unten was ist. Ähm... Da hin... 3200. So. Das hat natürlich nicht ganz gelangt. Wir bräuchten noch... ZWEIUNDNEUNZIG! Alter! ARRRR! Da haben wir ja fast würde die 3000 raus, ey! Milano, 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 Milano. Glaub's dir an dich? uninteressant 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 interessant interessant was nämlich bedeutet ihr müsst darunter ihr müsst darunter also mit so sind die korea sind die offenen grenzen zu ende hier kriege ich mehr geld was macht ihr da eigentlich wenn ich jetzt fragen darf ich habe euch da oben abgestellt wien ok dann geht jemand darunter weil ich glaube das marmor ist nicht angeschlossen ein griechisches artefakt war und das artefakt bringt zwei kulturen zwei tourismus Achso, ja, stimmt. Will ich die jetzt bauen? Oder will ich sie das machen? Artefakte bauen oder modernisieren? Ich krieg halt hier unter Umständen mehr Kultur, aber kein Tourismus. Ich würde sagen, wir modernisieren sind. Nicht, dass ich noch den kulturellen Sieg am Schluss mache, ne? Nächste Runde. Ich hätte ja mal allgemein gucken können, wie es so aussieht. Meinetwegen, wenn du das haben möchtest, soll mir das egal sein. Also so billig lasse ich mich gerne kaufen. Schön. Da unten ist immer noch schön Dingens da. Ich bin schon seit Ewigkeiten mit denen verbündet, du Pfeiflaume. Ja, natürlich, 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 natürlich. Wer ist denn jetzt noch? Die Autokratie. Hm? Was denn? Ich bin schon seit Ewigkeiten. Die sind halt nur glücklich, weil sie es bei mir gut haben. 270. Hallo, ihr könntet das noch nicht mal einkaufen, wenn ihr... Manchmal, ne? Manchmal ist das Spiel etwas seltsam. Und nicht haha seltsam. Merkwürdig seltsam. Da hin, da hin. Meinetwegen da hin. Darunter. Schauen wir mal, was wir da unten noch alles finden. Ihr könnt wieder da... Ich vergaß. Ähm, gehen wir da hin. Sehr schön. Ihr... Was geht denn die Stadt? Ähm, da unten muss ich dann wieder reparieren. Es ist natürlich schön, dass wir es kaputt gemacht haben. Dass ich das auch so früh gesehen habe. Mach mal Stadtbauer. Ist ja Panne. Freiheit, Autokratie und Ordnung. Und ich bekomme wegen diesen blöden Deppen auch noch Dissidenten. Aber, hey. Das wird nicht mehr lange so gehen, meine Freunde. Wartet noch ab. In einer Runde ist... Ist dann, ne? Und dann in 30 Runden, ne? Dann habt ihr überhaupt keine Wahl mehr. Wahrzeichen modernisieren. Passt. Nächste Runde. Wir müssen mal gucken, wie viel Kultur das bringt, ne? Und unten brauchen wir noch einen Archäologen. In zwei Runden können wir das Öl anbinden. Äh... Ja, ist schön. Jetzt regen die sich darüber auch noch auf. Mein Gott. Einfluss, okay. Äh, Kultur. Und die Stadt, die Typ ist schon irgendwie so ein ganz klein wenig light. Die kann ja gar nichts. Da unten ist also nur wild. Halleluja. Ist ein Scherz, oder? Mensch. Passt. Mach mal das so rum, dann ist das da unten gleich mal weg. Ansonsten... Nichts tun. Nichts tun. Nichts tun. Weiter... York noch gefunden. Schön. Okay. Okay. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Ich hatte das auch schon einmal gehabt, dass ich eine Stadt an einem... Riesenmeer aufgebaut habe und dann so ein Minitümpel da noch war. Allerdings, ich muss dazu sagen, ich habe einen Flugzeugträger gekauft. Und das war natürlich... Arsch. Also wirklich gekauft. Nicht produzieren lassen. Die Dinger sind nicht gerade günstig. Und er ist in diesem Trickstümpel da drin gewesen. Das war zum Heulen. Gott. Das ist sowas von... Von... Also... Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht schon, wenn es euch auch mal geschehen ist. Das ist wirklich Arsch. 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 Machen wir... Halb, halb. Ja. Machen wir mal so. Ne. Ich baue das hier ab. Ich habe auch Marmor in meinem... Ähm... 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 Örtliche Ressourcen artieren ein Marmor. Doch. Ich habe Gewürze? Da. Okay. Ähm... Dann weiß ich nicht. Was das Ding will. Ist auch nicht so. Ist... Ist... Ist wirklich nicht tragisch. Äh... Nächste Runde. Weil ich es halt angeschlossen habe. Deswegen kam mir das gerade so sehr... Salsam vor. Ja. Annehmen. Zurück. Deswegen. Weil da eine Stadtstadt halt nach Marmor geschrien hat. Aber ich habe doch Marmor. Woll doch. Tz. Immer noch Brain Bug. Es ist immer noch dasselbe Tag im Ökring. Annehmen. In dem Jahr zurückkommst. Passt schon. So. Und dann dadurch, dass wir ja Funkwesen haben können, war das andere macht. Das wird ein bisschen kritisch durchzubekommen. Aber okay. Kabul sucht einen großen Propheten. War ja klar, dass ihr die angreift, ihr Feiglinge. Na ja, gut. Und. So. Sehr schön. Schauen wir uns gleich an. Jetzt... Jetzt ist es hier erstmal wichtig. Schleudern. Los. Danke. Ich kriege ja gar nicht meine Artillerie. Stell dich gerade fest. Das ist hier am unteren Baum. Also ihr bleibt hier mal da unten. Ja, das ist mir jetzt gerade alles egal. So. Ihr geht hier weiter. Über die Weinfelder. Hier hinten. Toll. Reparieren. Ist ja mal klar. Einen Vorschlag machen. Wir werden jetzt vorschlagen... Äh... Lalalalalalalalalalalalabambambambambaba. Uh. Internationalen Spiele wären natürlich auch geil. Allerdings, wir werden die Welt... Stopp, 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 stopp. Da darf ich keinen Fehler machen. Freiheit. Ja, ich kann mir merken, was für eine Dinge ich habe. Das ist gut. Weltideologie. Freiheit. Wenn wir ein paar kaufen müssen. Müssen wir ein paar deutlich kaufen. Das wird nämlich nicht jedem gefallen. Ähm. Pup, pu, pu, pu. Naja, jetzt wird es halt blöd. Jetzt werden wir ziemlich weit zurückgerissen. Ah ne, noch nicht mal. Ähm. Normenbauteile. Hm, 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 hm. Wir haben nur noch eine Freizeit-Dinge da. Puh. Puh. Darau. Ja, doch, doch. Wir werden ziemlich weit zurückgeschleudert, gell? Ja, 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 ja. Puh, da werden wir sogar noch viel weiter. Gefällt mir der Teil. Äh. Wir machen erst mal bis da hin. Man kann ja immer noch überlegen, ob ich da oder dahin will. Manhattan Project wäre schön, weil ich mit Manhattan Project was Spezielles vorhabe. Ähm. Nehmen wir mal gucken. Ähm. Ja, das nutzt mir natürlich in Korinth jetzt recht wenig. Äh, Stadion, Friedenheitshilfe eigentlich gar nicht so verkehrt war. Und Kulturbestätten wurden erlassen, Religion wurde nicht erlassen. Nur Korea hat eine Stimme für Jahre gegeben. Okay, das ist, äh, krass. Eine Stimme. Wow, das ist denen ja viel wert gewesen. Hat einer noch eine Wissenschaftsquest offen? Dann profitieren wir davon. Ja, Milano. Valetta. Ansonsten. Keiner. Soll mir egal sein, ich hab immer noch kein Silber, ey. Aber ressourcentechnisch gesehen ist aber auch die Map ein bisschen mau, hä? ein klein bisschen maus zumindest. Äh, so. Ja, dann hätten wir das da. Ja, dann geht da runter. So. Die Kohle hätten wir angeschlossen. Ja, dann darunter das Schaf, ne? Das hab ich ja noch gesagt. Und in Korinth könnten wir kaufen ein Arbeitsboot. Und dann kann ich nämlich meine Lieblingsboote mal kaufen. Äh, wie viele darf ich dann davon haben? Vier Stück. Jetzt sind natürlich schon... Wie viel Öl ist denn da? Vier. Oh Gott, dann ist das nicht ganz so ärgerlich. Wie ich da unten eine Stadt errichte, ist jetzt gerade die Frage. Um hier halt ein bisschen reinzukommen. Auf der anderen Seite. Es ist fast egal. Eine neue Einheit von Valetta und wir bekommen Öl. Sechs Stück. Hormus. 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 S. A. Ähm. Äh. Und hier. 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 Du. Darunter. Ähm. Achso, das ist der Bautrupp. Ich wollte gerade sagen. Ist aber schnell repariert. Äh. Vorhin habe ich es noch gehabt, ne? So viele Sachen zu bauen. Na gut, da oben noch. Ähm. Ähm. Das will vielleicht auch noch. Nichts drunter. Ja. Macht da Sinn, da unten eine Stadt hinzumachen. Wegen vier Öl. Wenn, wenn sich meine Stadt überhaupt noch da in diese Richtung ausbreitet, ist es die andere Frage, ne? Ich denke eher nicht. Hm. Hm. Perlen? Tja. Hm. Ich würde fast sagen, wenn da hinten jetzt noch Krabben gewesen wäre, dann hätte ich noch gesagt, in Ordnung. Da hätte ich das akzeptiert, aber so eher nicht. Fahren da unten an der Küste entlang. Ihr habt da fertig. Tja, dann macht gar nix. Dann bitte mal... Ne, die dürfte ich nicht. Die darf ich aufrüsten. Zu langen Schwertkämpfern. Lrrr. Schwertkämpfern. Nix, nix, nix. Nix, 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 nix. Die erst rechtlich, die brauche ich nicht nachgucken. Okay, ansonsten habe ich ja, glaube ich, nichts anderes da, ne? Ähm. Ne Weide? Sie sind tatsächlich nicht angeschlossen gewesen. Ich fasse es nicht. Na gut, okay. Kommt vor. Sehr schön. Achso, ich wollte ja mal die Kultur noch überprüfen. Mal gucken. Ja, willst du doch Perlen haben wie blöd, oder? Die kann ich doch mit dem traden. Aber ich würde jetzt echt nicht sehen, wer Silber haben würde. Oh, irgendwie schon krass. Na gut. Kommt vor. Hier hin, da hin, dorthin, dort rum. Und dann haben wir da ähm, die da und die da. Und ich würde sagen, haben wir da irgendwas da, was ich jetzt haben möchte. Ein Karawanenhof, auf alle Fälle. und hier oben gibt es Seehafen. Machen Leuchtturm. Seehafen danach. Achso, ja. äh, 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 unwichtig. Warum ist das ein Ehrfurcht für uns? Wir haben den meisten... Wow. Wir haben, wir haben, wir haben, kulturell so weit voraus. Echt jetzt? Äh, äh, plus 169. Kulturrunde. Achso, wir machen nicht so runde. Ich wollte gerade schon sagen, wieder ein bisschen fluchen. Ähm, ja. Tourismus erreichen wir keinen. Österreich. Uninteressant. Korea... ist... Pfff. Äh, jetzt, jetzt wirklich mal bis auf Japan, aber Japan hat null Kultur, ne? Bis auf Japan würde ich jetzt mal sagen, unwichtig. Japan an sich selber, gar nix. Polynesien, null. Inka. Gar nix. England. Nothing. Carthago. Nothing. Also, für all jene, die das jetzt nicht verstehen, was hier ist, diese Linie hier oben, also, die Tourismusproduktion, wo wir mal haben, plus 18. Wir sind doch ganz am Anfang von dem Tourismus produziert. Wenn man mehr Tourismus produziert, wie ein Land Kultur produziert, dann, kauft man sich das Land, ähm, ein. Das ist eigentlich das falsche Wort dafür. Mir fällt's jetzt nur nicht gerade. Der, dann hat man den kulturellen Einfluss innerhalb dieses Landes und die folgen einem kulturell. So. Ja. Mir fällt das richtige Wort dazu nicht ein. Man hat halt den kulturellen Einfluss dann. Die mögen dann einen D-Jeans kaufen und hören die Pop-Ball-Sick von einem. Und das sagen die Leute mal. Allerdings, noch sieht's ganz gut aus. Aber ich war der Meinung, es ist vielleicht schon der ein oder andere da kulturell ein bisschen stärker unterwegs, aber die richtigen Kulturlandspiele sind ja Polen. Polen, auf alle Fälle. Ähm, ansonsten, verschiedene andere Länder doch. Ah, ich bin gut, ne? Ich bin gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wo ist denn der? Der ist da und kannst du die Schafe kaufen? Nö. Und Berg, Berg Willi nicht kaufen. Dann mach mal Pause in der Stadt. Du machst gar nichts. Das wird die Sackgasse sein. Schön. Bin so blöd, oder? Manchmal, manchmal schon. Manchmal schon. Ah. Zumindest ein Problem ist gelöst. Hanno. Shit. Ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. 20 Runden. Ja, ich wollte gerade den Diplomaten noch einsetzen, dass hauptsache die Freiheit durchkommt. Wir haben noch Zeit. Ich muss nur dran denken. Ich denke, ich denke schon dran. Marmor für Sophia angebunden. Ich hab doch da Marmor. Das meine ich doch irgendwie. Marmor ist doch da unten angebunden, obwohl das für mich eine Mine ist und keine Marmor-Dinge da, ne? Aus schlechtem Schaden. Ein großer Künstler in Athen. So. Das werde ich in dem Part gar nicht mehr schaffen, aber egal. Ihr dürft weiterhin dort oben nichts tun, ja? Das ist ganz klar. So, sehr schön. Das hätten wir alles. Okay, gut. In Ordnung. Will ich es jetzt schon machen? Ich mein... Ja, komm. Ich vergesse es sonst. Aber wenn ich es halt vergesse, wäre es echt kacke. Komm. Ich darf das ja nicht darüber machen. Ja, komm. Toja. Oh. Ich gehe jetzt. Ja. Danke schön. Du langst einem nackten Mann nicht in die Taschen. Das finde ich wirklich sehr gut. Äh, Dido? Dann. Ha lank. Sag mal, Korea ist ein Drecksackland. Korea ist wirklich ein Drecksackland. Also, sorry. Korea, ich mag dich nicht mehr. Boah, Korea zieht mich aus und die anderen Länder, die machen das ja fast für umme mit. Das ist super. Okay. Wir haben für das Wichtigste gesorgt. Ähm. Das, das, das überlege ich mir hier noch. Das überlege ich mir wirklich noch. Ob mich da vielleicht nicht hin soll. Perlen. Hm. Perlen. Nicht Perlen. Ihr könntet mal die Wale da oben anbinden, ne? Das geht nicht. Schade. Was, was macht eigentlich noch Milano? Da will ich kurz, kurz noch vorbeigucken. Wir haben die, haben die Truppen da nicht gekriegt, hä? Ähm. Halt, stopp. Das war schon wieder falsch. Oh, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Das kann euch gefährlich enden, aber okay. Und ihr kriegt nämlich nicht die Picanieris. Ihr kriegt hier die Muskeliere. Okay, dann soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.